genau ich habe mir auf den rücken geworfen und mit der hände und mit den beinen in der luft gestrampelt. ich will das nicht, nein nein nein. so stelle ich mir das vor. ja, das ist kindererziehung heutzutage. umgekehrte psychologie. ich meine macht mir auch keiner stress countie, das ist alles gechillt. Ja, du sagst es doch und ich fahre rein. Ich schwöre Toni auch gar nichts dagegen, ne? Alter, ich bin über den gesamten Sand gesprungen, Alter, ich bin die Strecke noch nicht mal auf 150 gefahren, ich kenne die nicht. Und ich kriege noch ein Turbobild dazu, ja moin Bruder, muss los? Alter, die Bombe! Wann das meine? Wenn sie kurz vor der Sprungschanze gedöhnt war, dann war es meine. Boah, Junge! Ich bin irgendwie erster grad. Ich weiß gar nicht, ob das zu gut ist. Ich würde geh nicht weghängen, dann gehts doch nicht mehr weiter. Okay, ich lass mal hängen. Wie gehts? Schön den Bimban baumeln lassen, oder kennst du? Wer lang hat, kann lang hängen lassen. Oh je. Oh je. Oh je. Boah, was ist das hier? Die Hammer des Todes. Nein, ihr Schweine. Nein, du Schwein. Alter. Trif mich wieder zu dieser RTL-Abendprogramm. Alter, du mit deiner scheiß Piranha-Pflanze. Wieso machen wir jetzt 200? Der Marco will doch bestimmt gleich schon wieder 200. Wohlang? Ich weiß nicht. Wann ist mit einmal der Bordschein da? Wiesch! Oh, ihr geträgt! Scheiße! Hey! Wo wir grad über Marco reden jetzt da. Prost! 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 Hey, der ist direkt da. Was ist denn hier los? Che, danke für den Follower. Ja, ich denke mir, der ist direkt im Disco. Was ist mit ihm los? Marco, das war aber die Aktion heute von dir, war aber nicht beinhart, ne? Beinhart? Ja, alle anderen wären durch den Regen gefahren, oder Marco nicht, weil er ist nicht beinhart. Ich bin... Du weißt doch, wer das ist, das muss kesseln. Ja, das muss scheppeln. Ähm, was fahren wir? Neue Strecken? Beliebige... Nein, unser Runde. Das hat's gehört auf TikTok. Wir fahren volle Sport, 200 irgendwas. Okay. Marcel, die schlimmste Strecke. Ja. Haben wir eigentlich den Marcel schon gefragt, ob wir mit uns in ferne gestarrte südlichen Antlitzes was zum Sinne des Eloxierens der Kopfbedeckung aufsprechen will? Nein. Was, Alter? Er wollte dich fragen, ob du mit zum Saufen nach Spanien willst. Jürgen, was ist denn los mit dir? Bist du ganz anders aus? Marco, das kriegst du nicht eins für eins nochmal gesagt. Ich wollte eigentlich mich halt einfach mal, ähm, gsittend ausdrücken, wirst du? Ja, aber irgendwie, meist scheitert's ja an mir. Das schaffst du nicht nochmal. Das Bier steht leer zu trinken? Ja. Der ist ein ferniger Stade südlichen Antlitzes, der im Sinne des Eloxierens der Kopfbedeckung aufsprechen. Eloxieren hört sich schon so ein bisschen nach oxidieren an, Alter. banane in der in der sonne sonne rumoxidieren selbst der deutschen sprache angucken und sagen was du gerade gesagt hat nein würde er nicht er würde in eine wendung anfangen aber die hand schütteln und zack und weißer konfusius sagt man nimmt er mich voll hobs wenn man mit einem ideologen zwei wieso alle raketen haben was ist denn los mit euch ich weiß nicht einfach mal ungelogen für die kindlichen alten du solltest mich beschützen schalke lasst doch die rote stecken man die blauen blüchen auch noch mit ich habe einen stern neben mir der doppelstern dieser rakete bei einem platz gebracht so hat man gerade doppelstern der kumpel hat also auch stern und hat den sterne auf waren da hat man doppelst du hast was halt was halten werde von unserer offerte ja die haben wir nicht immer gut bei die reise stattfindet so und ich gehe bestimmt bei euch vom september aus ja nach den ferien bevor wieder ich derjenige bin der sagte ich kann nicht ich sage dass der termin steht so fix ohne sich aber wenn du mit will kein problem frage an die runde können wir gern ich habe ich habe das hatte mal geschickt muss okay ich kaum vorbei geht an alle 19 zuschauer hier wie viele sind auf tiktok dabei ein netz für viele genau alle mit alle mit so vier tage und da kam auch vier tage sind fast zu günstig wie drei ja ja und die musik erzählen ich habe auch kein ich mache ich muss nicht alles haben ich habe auch mit zwitsch und diskorn welchem plätze ja komm jetzt mittlerweile manchmal spielen wir ja aber wo tisch wie schaut es mit dem prämen aus oder ist er schon wieder verbreitend könnt ihr mir vorstellen das ist jetzt schon wieder verbreitend ich muss nämlich überhaupt nicht ich verstehe es nicht wie viel Pilze soll ich haben jungen guck mal rang war aber frech ne boah die kühne backshot ihr sagt doch gerade babyfuck oder nicht ja groß ja ich mache ja auch gleich groß du hast ein doppelstern verpasst ja aber wie gesagt er war im stern und hat er quasi noch einen auch vorhanden da sollte am besten mal jonathan freaks fragen sie denken diese geschichte es war dann muss ich sie leider enttäuschen auf den großen babyfuck funktioniert es halt scheiß zu unrecht alter wirklich zu unrecht ich habe tatsächlich was echt cooles gesehen es gab so einen tippen der hat eine lobby gemacht nur blueshells und der eine tippe hat einfach einen goldpilz bekommen ja ich glaube das video habe ich heute auch gesehen das so eine scheiße könnte man auch mal machen voll der beschissen ich wäre für nur greens alter aber nur nur greens nur babyfuck und nur excitebike so siehst du aus aus der ecke nur auf der billigen plätze team blödes pilz genau also was er denkt man drüber nach weil wir haben schon einige dates verfallen lassen das richtig nicht fragt nach und ich sag dir ja morgen du hast du connections von daher das richtig in der familie vitamin b ich werde jetzt noch die letzte runde mitspielen aber ich verabschiede mich schon aus dem boys hat spaß gemacht achte ich schule sie auch dabei ja dann dir mal einen schönen abend paper ne euch auch mach keinen miesen ich sag zum schluss noch prost du nix wofür wir uns schämen müssten jo danke für diesen schönen Abend Kondi was mir dazu noch einfällt ist zum beispiel ähm oh hier geht's ja rechts das eine team kriegt nur eine rote und das andere team drei grüne ich bin im grünen team uuuhh feuer oh die stühle alter oh gott du leck mich in die tisch also ich bin grüne macht mehr spaß als wo so moment wie war das hier jetzt ja weil man da ein erfolgserlebnis hat wenn man trifft kann man sich noch auf die schulter klopfen bist du jetzt in mich rein ja da kann man sich nicht Marco hast du schon getankt oder was wenn man sich richtig durch die schulter klopfen wenn die grüne Autos hat du bist durch das Smartphone zu nehmen Aua hallo ah ein bisschen oh alter der hat mich kompletten Weg gebracht der Kugel Willi alter killer der Typ ja mein Kugel Willi ging grabbar oh gott ne ich hab letztes mal einen auf youtube gesehen der sagt dann schon Google Willi Google Willi und alter ich musste direkt weg machen ne das war einfach irgendwie fremdschämt für mich alter ich komme unter Google Willi Willi alter Google Willi und der hat halt in so einem short weiß ich nicht wie lange das geht bestimmt 15 mal gesagt da kriegst du immer da kotzen an ne ja bestimmtlich tell me what you want what you really really want ja die trifft mich die blaue genau sechster oh diga zippt der heut leise Maul oh mein Gott ja okay der verschwesst oh kann ich jetzt noch eine Runde mit 200 Alter die ist auf 200 ja mal richtig kacke äh noch 100 glaube ich noch drin war das schon alle? das waren alle ach du schein ja zum Glück ich hab nix gehört man ein County for Pommé uuuuh du musst halt nur für 200 richtig können aber das ist definitiv eine die für 200 äh da kannst du definitiv was machen